Wo soll mein Blut vergossen werden? Und habe mich für random entschieden und unded bekommen. So und jetzt schauen wir mal, wir spielen gegen einen Ork. Ja, bedeutet höchstwahrscheinlich wieder Massheadhunter, spielen ja jetzt eigentlich alle im Moment. Ist auch nicht so leicht, was dagegen zu machen. Aber, wir werden natürlich alles geben. So, ein Shop. Und dann schauen wir mal, ich werde wahrscheinlich den Gruftlord First spielen. So, auch mein Ziggurat ein bisschen offensiver. Blademaster wird ja eher nur selten gespielt, sondern eher der Phasier. Und da können wir den Slowtower auch gut mal ein bisschen weiter vorne bauen. Also, jetzt coole Pumpen wie ein Weltmeister. Und dann schauen wir mal. Mein Leben für Nersul. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich versuche natürlich Yid-Rays ein bisschen zu spielen, deswegen spiele ich auch sehr gerne random. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Außer möchte ich auch mit Nithilfe und so weiter auch ein bisschen besser werden noch. Die Beschwörung ist mehr Gold erforderlich. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, mit dem können wir schon mal gucken, ob wir irgendwo hier ein Schaf oder so haben. Vorne den Slowtower baue ich mal aus. Da haben wir ein Schaf. Das Leben erlösche, sagt er. So, immer weiter Gule. Ja. Ausbau abgeschlossen. Ich baue aus den Tiefen. Ich habe den Hof vernommen. Es ist mehr Gold erforderlich. Also, mal hier mal den ersten Typ. Was ist los? Was spachteln? Nichts kommt meiner Nacht gleich. Treib des Adels. Ich bin der Frist. Und schön weiter. Einheiten pumpen. Oh, wir haben doch einen Blademaster. Ich werde verrückt. Müssen wir doch das hintere ausbauen. Oh. Es ist mehr Gold erforderlich. Da wär's. Zweifellos. Sprecht. Errichtet mehr Ziggur. Aus dem Gift von mir oben. Unsere Streitkräfte werden angesprochen. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich wünsche nur zu Ihnen. Ich wünsche mir den Frist. Ausbau abgeschlossen. Damit. Ah, da habe ich jetzt voll nicht mitgerechnet. Was echt mal wieder der Blader ist. Der Befehl, Meister. Euer Wille geschehe. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich gehorche mit Freuden. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Das Problem ist jetzt natürlich, dass ich mich hier nicht so leicht aus der Base trauen kann. Die Zeit fliegt dahin. Bei Nero. Aber ich muss natürlich weiterkriegen. Ich verzehne die Lebenden und die Toten. Nichts kommt meiner Macht gleich. An meiner Taktik hier eine Fast-Exit zu spielen, hat er mich dadurch jetzt allerdings sehr schön gehindert. Ich kümmere mich darum. Ich diene nur dem Frost-Turm. Dass nichts wartet. Was ist los? Oh, hier schnell die Heilung abbrechen. Endlich Level 2. Die Zeit fliegt dahin. Ich diene nur dem Frost-Turm. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Zweifellos. Ich verzehre die Lebenden und die Toten. Ich habe den Hof vergenommen. Nichts kommt meiner Macht gleich. Ausbau abgestoßen. Zweifellos. Sprecht. Sprecht. Errichtet mehr Ziggurat. Ich kümmere mich darum. Was ist los? Nichts kommt meiner Macht gleich. Pervers. Mein Leben für Nersul. Mein Schicksal ist besegelt. Was ist los? So, puh. Ich habe den Hof vernommen. Das uralte Böse lebt. Ich komme hier nicht so wirklich zum Creepen. Ich diene nur dem Frost-Turm. Ich beuge mich eurem Willen. Die Zeit fliegt dahin. Ich habe den Hof vernommen. Ich diene nur dem Frost-Turm. Ich kümmere mich darum. Ich habe mich Nervo verschworen. Nichts kommt meiner Macht gleich. Kostet das Gift von Nehub. Leitet mich. Die Beschwerung soll man geschlossenen werden. So, jetzt mal die erste Statue. Die Zeit fliegt dahin. Ich wünsche nur zu dienen. Warte, aber ich dachte, ich weiß, ich wollte gerade sagen. Ich wünsche euch stets zu dienen. Errichtet mehr Zigurats. Errichtet mehr Zigurats. Die Beschwerung ist abgeschlossenen. Das Gemetzeln kann beginnen. Ich habe den Hof vernommen. Euer Befehl. So, jetzt mal die Echse freimachen. Ich diene nur dem Frost-Turm. Ich habe mich Nersoul verschworen. Sprecht. Euer Befehl, Meister. Ja, Meister. Langsam nicht dein. Nichts kommt meiner Macht gleich. Also, die schicken wir ihm alle mal ganz elegant hoch in die Base. Was ihr wolle. Ausbau abgeschlossen. Oh, und Tag auf Tier 3 ist durch. Das ist geil. Ich bin nur dem Frost-Turm. Zweifellos. Da können wir auch noch einen dritten Helden spielen. Was spacht denn? Was ist los? Nichts kommt meiner Macht gleich. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich habe mich Nersoul verschworen. Entschuldige, Host. Geben wir mal dem Licht. Oh, guck mal, was da kommt. Begrüßt die Käthe. Ich habe mich Nersoul verschworen. Ich habe mich Nersoul verschworen. Der Pack ist besiegt. Meine Geduld ist erschaffen. Euer Befehl. Ihr wollt Angst? Ich habe mich Nersoul verschworen. 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 Die Beschwörung ist abgeschlossen. Nichts kommt meiner Macht gleich. Ich wünsche nur zu dienen. So. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich habe mich Nersoul verschworen. 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 Zack. Da stirbt der Blader. Ich habe mich Nersoul verschworen. Die Zeit fliegt dahin. Kostet das Gift von der Beschwörung. Ist abgeschlossen. Erster Abo auch da. Und das sieht jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Mein Leben für Nersoul. Ich habe nicht Nersoul verschworen. Die Verdammten stehen bereit. Ich habe nicht Nersoul verschworen. Kostet das Vertecke, die hier sind natürlich für den Licht. Die Verdammten stehen bereit. Ich kümmer mich darum. Ich verzehne die Liebenden und die Toten. Ausbau abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Die Verdammten stehen bereit. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ich beuge mich eurem Wett. Ich darf einmal den... Zack. Abbrechen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Mal auf zum anderen Shop. Ich habe den Ruf vernommen. Die Zeit fliegt dahin. Zweifellos. Unsere Streitkräfte, wir haben angegriffen. Aufpassen muss ich dann natürlich, falls er auf Mass R geht. Wenn ich da im Moment noch nicht so wirklich die Counter habe. Kann ich euch helfen? Es ist mehr Gold erforderlich. Euch stehe ich zu diensten. Meine Rache gehört euch. Euer Befehl. Ich habe den Ruf vernommen. Pervers. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich wünsche nur zu dienen. Ich diene nur dem Frost-Turm. Euch stets zu diensten. Können wir mal. Ich bin die Dunkelheit. Ich habe dich nur so gefräst. Kapuze der Geschicklichkeit. Oh, mein Licht. Schon so ein bisschen Maschine jetzt. Einen Käfer schicke ich da mal hoch. Also die Armee ist jetzt schon echt genial. Der Frost-Turm stets zu diensten, kommt meiner Macht gleich. Wo soll mein Blut vergossen werden? Sprecht. Bei mir. Wir haben gelöst. Unsere Streikkräfte werden angegriffen. Boah. Den Ghul konnte ich nicht mal retten jetzt. Und Leute, deine Geduld ist erschöpft. Ausbau abgeschossen. Euch stets zu diensten. Euer Befehl. Ich diene nur dem Frost-Turm. Leitet mich. Undläubige haben unsere Verteidigung gestürmte. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Das war cool, Lüt. Ich gehorche mit Freuden. Ja, Meister. Errichtet mehr Ziggurats. Undläubige haben unsere Verteidigung gestürmte. Undläubige haben unsere Verteidigung gestürmte. Ich habe nicht mehr so viel verschworen. Meine Ratte gehört euch. Nicht so, Commander. Undläubige haben unsere Verteidigung gestürmte. Ich habe nicht mehr so viel verschworen. Ich bin die Dunkelheit. Für den Lichtkönig. Ah, der ist halt. Muss flüchten gehen. Meine Geduld ist erschöpft. Der ist aber natürlich sehr schnell unterwegs. Ich stehe vor dem Frost-Turm. Meine Rache gehört euch. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Zeit wie dein neuer Befehl. Spricht. Ah. Hat man noch gekriegt. Mist. Kurz nicht hingeguckt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich habe nicht mehr so viel verschaut. Jawohl. Runde gewonnen. Ich hoffe, das Game hat euch ein wenig gefallen. Und wenn ja, Dorm hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Ram.